Humanistische Grüße, ein wunderschönes Hallo zu einer weiteren Folge musst du wissen, es geht wieder um BAföG und zwar habe ich fünf Punkte rausgesucht, die 99% der Studis meiner Meinung nach nicht wissen, darüber werden wir sprechen, Akteneinsicht beantragen, Überprüfung, BAföG-Bescheid, Freistellung der BAföG, Rückzahlung, Angabe von Tatsachen und Überprüfung der Tatsachen und let's go. Im Rahmen von BAföG könnt ihr euch auf das sogenannte Sozialgesetzbuch beziehen, das Sozialgesetzbuch, da sind alle möglichen Sachen drin geregelt, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Wohngeld, aber auch das ganze sozialstaatsrechtliche Verfahren und dazu gehört in dem Fall auch Akteneinsicht, denn wenn ihr als beteiligte Person eine Leistung beim Staat beantragt und der Staat von euch Daten haben will, dann sagt der Staat, okay, dürft da auch reingucken und das ist in diesem Paragrafen geregelt mit natürlich gewissen Ausnahmen, also wenn ihr, ihr könnt nicht per se sagen, ich möchte Akteneinsicht haben, es muss immer ein berechtigtes Interesse bestehen, also wenn ihr zum Beispiel in den Widerspruch gehen wollt, das heißt, ihr habt einen Antrag gestellt, dieser wurde warum auch immer abgelehnt, also sinnvoll in dem Fall nach Abschluss des Verfahrens und ihr sagt, okay, ich überlege mir das mal, ich will in den Widerspruch vielleicht gehen, ich beziehe mich mal darauf, beantrage formal mit dem SGB X Paragraf 25 Akteneinsicht durch, ja, bezogen auf meine Akte, meinen Fall. Die Behörde kann das auch verweigern, wenn sie wiederum ein berechtigtes Interesse hat, diese Information zurückzuhalten, also sie ist nicht zwingend dazu verpflichtet, aber in aller Regel sollte das kein Problem sein, wenn das nicht wirklich ganz, ganz sensible Daten sind. Also Akteneinsicht beantragen, im besten Fall, wenn das Verfahren, also wenn ihr einen Bescheid bekommen habt, wenn das laufende Verfahren nicht mittendrin, sondern erstmal abgeschlossen ist, das natürlich dann schriftlich und euch beziehen auf Akteneinsicht Paragraf 25 SGB X. Also neben der Akteneinsicht könnt ihr aber wiederum auch, wenn ihr nicht so weit gehen wollt, erstmal sagen, hm, liebes BAföG-Amt, wie sieht das denn aus, kann ich vielleicht, kann da mal jemand nochmal drauf gucken und ihr könnt euren BAföG-Bescheid überprüfen. Das ist geregelt im SGB X Paragraf 44, also wie gesagt, diese ganzen Paragrafen gelten natürlich für alle Sozialleistungen, die im SGB geregelt sind und das ist der sogenannte in dem Fall der Überprüfungsantrag. Also weil ein BAföG-Bescheid ja ein Verwaltungsakt ist und zu diesem Verwaltungsakt gibt es natürlich dann auch eine Entscheidung und die kann im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, im Rahmen des Sozialgesetzbuchs erneut natürlich von dem Amt, kann die überprüft werden und kann nochmal geguckt werden, was war denn da los, gerade wenn es natürlich ein negativer Bescheid ist oder wenn ihr das Gefühl habt, da wurde irgendwas nicht berechnet oder ihr kommt irgendwie, ihr habt euch so reingefuchst und kommt auf eine ganz andere Summe oder irgendwie, da ist ein Zahlendreher drin, dann könnt ihr immer sagen, hey, liebes BAföG-Amt, bitte checkt das doch nochmal nach, ich glaube, da ist irgendwas falsch. Wenn ihr eine ganze Zeit lang BAföG bekommen habt, kommt es irgendwann natürlich zu einer gewissen Rückzahlung, in der Regel nach 5 Jahren und maximal 10.000 Euro, aber das nur am Rande und ihr könnt diese Rückzahlung, wenn ihr noch nicht so viel Kohle habt, nochmal ein Stück weit stunden. Das heißt, ihr könnt euch von der Rückzahlung, von der Rückzahlungsverpflichtung, denn diese habt ihr, darauf lasst ihr euch ein, das ist eure Pflicht, ihr bekommt das Recht BAföG zu erhalten, aber habt gleichzeitig die Pflicht, ein Stück weit etwas zurückzuzahlen, könnt ihr das nochmal stunden lassen, also sogenannten, ja das ist eine Rückzahlungsunterbrechung. Das heißt, ihr stellt auch wieder formal einen Antrag, Links findet ihr dazu in der Beschreibung und da wird nochmal ein Stück weit euer Einkommen, Einkommen zu dem jeweiligen Zeitraum, wo ihr das zurückzahlen sollt, festgestellt und wenn das persönliche Einkommen unter dem genannten Freibetrag von 1225 Euro liegt, das ist jetzt für Singles, die nicht verheiratet sind, dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal für ein Jahr in der Regel, euch freistellen zu lassen von der Rückzahlung. Gilt in der Regel ein Jahr, ist wiederholbar, also muss nochmal neu beantragt werden und ihr müsst auch, wenn sich irgendwas ändert in eurer Lebenssituation, wenn ihr auf einmal einen gut bezahlten Job bekommt, dann müsst ihr das natürlich auch denen mitteilen, denn da gelten die gleichen Regeln wie sonst bei der Einkommensermittlung beim BAföG, ihr müsst Änderungen mitteilen und wenn ihr dann nämlich über den persönlichen Freibetrag kommt, dann seid ihr natürlich automatisch wieder verpflichtet, die Rückzahlung weiterzuführen. Neben der Freistellung müsst ihr natürlich formal, wenn ihr einen Antrag stellt, laut BAföG-Gesetz, steht auch immer auf allen Formblättern vorne und hinten glaube ich nochmal drauf, Angaben von Tatsachen machen. Ihr seid, das ist wieder eure Pflicht, dazu verpflichtet, laut § 60 SGB 1 Absatz 1 alle Angaben zu machen, die zur Sachaufklärung beitragen, damit dieser Antrag oder die Entscheidung darüber, ob ihr Sozialleistungen bekommt oder nicht, damit die so möglichst gut getroffen werden kann. Also alle möglichen Informationen, die dabei eine Rolle spielen, da seid ihr dazu verpflichtet, wenn ihr Leistungen erhalten wollt, diese Tatsachen anzugeben und neben dieser Angabe dieser Tatsachen, also das Ausfüllen zum Beispiel des Antrages, ebenso verpflichtet, Beweismittel in dem Fall, also Dokumente, Mietverträge, Immatrikulationsbescheinigungen, Einkommen der Eltern, euer Verdienst, dem BAföG-Amt in Kopie und im Zweifel auch mit einer beglaubigten Kopie, ja, glaubhaft zu machen und vorzulegen. Falsche Angaben und oder unvollständige Angaben im Sinne von, hey, ich wusste das doch gar nicht, kein Plan, das hilft euch nicht wirklich weiter, denn das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ihr eine, ja, dass gegen euch ein Verfahren gestartet wird im Sinne von Sozialleistungsbetrug, weil ihr nicht alle Angaben getätigt habt und euch in dem Fall Sozialleistung erschlichen habt und im Rahmen des Antrages unterschreibt ihr natürlich dafür, diesen Paragrafen 60 SGB 1 Absatz 1 einzuhalten. Ja, wenn ihr nun diese Angaben gemacht habt und das BAföG-Amt angefangen hat, euren Antrag zu bearbeiten, kann es natürlich vorkommen, dass die irgendwie, warum auch immer, stutzig werden, weil die irgendwie Erfahrungen haben oder merkt, da passt irgendwas nicht oder es fehlt irgendwas oder whatever, dann kann das BAföG-Amt laut Gesetz auch sagen, hey, okay, ich möchte mal diese Angaben, die diese Person gemacht hat, überprüfen. Ich möchte mal gucken, inwieweit diese Angaben denn stimmen und das ist geregelt in dem Paragrafen 93 Absatz 8 der sogenannten Abgabenordnung AO, Angaben, die gemacht wurden von der Person, von dem Studierenden, können überprüft werden durch das Amt, wenn natürlich auch wieder eine Art, ja, Verdacht vorliegt, wenn das BAföG-Amt irgendwie das Gefühl hat, hey, da passt irgendwas nicht. Also das BAföG-Amt kann dann zum Beispiel eine Art, ja, Datenabgleich machen oder eine Abfrage machen bei anderen Ämtern. Das ist in der Regel meistens das Finanzamt, wenn es um, ja, zum Beispiel das Einkommen der Eltern geht, aber auch, wenn zum Beispiel eure Eltern nicht willig sind, euch Informationen zu geben über bestimmte, über ihr Einkommen, dann kann das BAföG-Amt auch da hinten gehen und sagen, hey, liebes Finanzamt, was ist denn bei Person XY los, was verdienen denn die Eltern, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da man Datenabgleich abzumachen, zu machen. Nicht nur das Finanzamt zum Beispiel, aber auch andere Ämter, andere Behörden, Wohngeldstelle, Jobcenter etc. Also alles, was so ein bisschen Einwohnermelder haben zum Beispiel, auch alles, was so ein bisschen verknüpft ist mit Tatsachen, die zur Sachaufklärung eures Antrages beitragen. Ja, das war es heute schon wieder. Kleines Video nur zu dem Thema, musst du wissen, BAföG, 99% der Studis wissen diese Punkte meiner Meinung nach nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Gerne auch weitere Fragen zum Thema BAföG per E-Mail. Ich sammle auch gerne nochmal für ein Q&A und alle weiteren Infos zu dem Thema findet ihr in der Infobox und die ganzen Links und Quellen in der Videobeschreibung. Humanistische Grüße, bis bald.